Musik Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Hier geht es nur um Schwimmen auf diesem Kanal. Zum Beispiel wieso man mit Schnorchel besser schwimmt, weil man dann nicht absäuft. Wieso kurze Flossen besser sind als lange. Wieso Beintraining auch wichtig ist und Spaß macht. Wieso man mit Pettels schneller ist als ohne. Und welche Brille man benutzen sollte, wenn man eher langsam, schnell und bei Wettkämpfen schwimmt und normal im Training. Und jetzt muss ich alles wieder einräumen. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich würde mich über ein Abo freuen und Daumen hoch auch nicht vergessen. Und ich glaube das war es jetzt. Ciao! Outro